da ist gerade irgendwas zerfleddert und mit einem regenschirm und damit willkommen zurück jetzt weiß ich wie das geht 20 ich weiß was du erde habe ich erde haben wir erde in der kiste 9 hast du irgendwie ja ist ein bisschen ich würde sagen wir machen hier so zwei gärten hier und hier und oben fangen dann die räume an ist das ok weißt du was ich mir jetzt mache etwas somit ich sehr gerne baue ich habe schwer und ich habe auch eine record die musste mir nicht bereitwillig hinwerfen so dass wir hier müssen mehr platz haben aber ich ist mein drecke gelegt ich bin nämlich hier will ich eine ebene das muss hier weg das ist schön hallo so ein bisschen stein verpiss dich ich will hier keine steine ich bin rassistisch da kommt ein fisch da kommt ein fisch da kommt oh du hast die ultimative waffe die 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 ein das ist verarschen Finkmann hat sich selber bewegen die Lohrindern sind das ist ja süß du könntest also nicht wohnen oder ich glaube das nächste mal ich hier mal rein ich kann jetzt selber ich bin der baummann ich bin der baumann fürchtet euch du bist doch scheiße ja gut so machen wir an unsere räume aber jetzt habe ich keinen bock mehr weil irgendwas lustiges er kommt was machst du ich habe zombie banner toll stirbst du gerade hast du eigentlich noch einen stern weiß ich ja nicht wollen wir irgendwo hin und abenteuer leben kann man wie macht man denn Lohre das ist ganz viel alt nein du hast einfach eine Hilfe ja das war ich hier gerade erwischt Hilfe haben wir hier noch zu holzen ja das ist ich wie komme ich hier wieder raus das hat einen aktiven Effekt oben rechts da ist einfach rechtsklick drauf ah ok nicht so äh Hilfe ja gut ich helfe heutzutage wo wirst du damit hin wo wirst du damit hin wo wirst du damit hin was hast du vor Lutz ich dachte wir leben am teuer ich dachte wir leben am teuer nein allerdings du machst auch Schaden mit Dingen das stimmt ich will mit dir Spaß Abenteuer machen komm komm woher geh mal Eis ja ich hab schnell die Schuhe ich hab ne Babyhaube Opfer du wir sind zu schnell wir brauchen unbedingt Schuhe ich rette dich von dem ekelhaften schwulen Fisch Arbeit erledigt so ein Pelz ich mag Pelze vor allem an den Füßen Banner Increased Damage in Defense von Falling Falling Zombie was ist das irgendwo ein Banner aufgestellt? ja an den Wurzeln von Baum was kriegen wir die Buffs von dem Banner oder die Zombie weil es gibt ja auch diese blauen Kerzen die die äh Gegner unterstützen und nicht uns boah dieses ganze Holz gehört irgendwann mir und dann baue ich was schönes mit aber jetzt nicht kommst du eigentlich auch Lutz Lutz das war richtig schlechter kommst du ja ich hab grad was ja schön für dich ich hab grad müssen platziert cool 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 ich hab ewig selber wie du warum warum sagst du das? weil das Rap aber du hast ja 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 habe ich seile der eingang ist doch hier gleich am anfang ja ich war aber nicht da rein ich dachte da warst du schon da bringt es nicht rein zu gehen ich werde weil ich gestoppt bin oder ich habe eine kiste umgesehen kleiner kredi junge das heißt er hat reise ok da will ich also nicht hin interessant will ich hierhin der kredite 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 nein ich will die fackel sitzen ab 1 4 3 ich habe den wir schon wieder das heißt ich hatte so die reichen die fahrzeuge jetzt sind wir mann wobei dies ich habe in skyrim die benutzt ja ich bin gerade er ist die kraftwerke aber kannst du mal nicht so eine wasserhöhle buch jetzt da unten weiter da unten ist noch weiter ich sehe es ja da fließt das wasser ab da ist irgendwas heilers spake ich baue kurz zeug das muss man auch machen habe ich mal gehört das heißt kein silber soweit ich weiß ja du glaubst mir das noch sowieso ich habe rausgefunden auf was ich gestorben bin auf was ja gut ich springe einfach drauf warum nicht ich bin einfach drauf gesprungen weil du das auch gemacht hast voll das ist voll geil aus macht das noch mal ja ich bin ja nicht super mario ich hab's gesagt daran stirbt man ja aber das vorhin hat so wenig schaden gemacht da dachte ich ich überlebe das auch ich bin jetzt wieder meine eilschuhe ich weiß wieso ich in grotte gefallen bin du kleiner du hast mich verarscht increasing damage and defending from the following das okay gut du erwischst mich nie dummer vogel ich bin schienen magi man ich bin klar auf deinen schienen und habe spaß ich habe ihn überfahren ja ich kann hier guide guide wo bist du da unten okay also ich finde das voll geil scheiße ich will das voll geil ja ich kämpfeuer ohne das ich habe kein gesetz ich bin gestorben was ich mitbekommen ich will doch wieder hübsch sein es gibt es ja nicht also ich habe doch die waffe gewechselt mein gott ich bin besser als ihr magie funktioniert unter wasser doch warte das heißt gewollt der sehr tödlich ist für dich oh gott ich werde gleich spaß haben ich komme diese grüße so gibt es einfach öfter diese riesige löcher und wo denkst ja ist ganz klein und dann fällst du erst mal zehn minuten erst mal der helle ja genau dann denkst du ja im flug noch vielleicht finde ich irgendwo ein regenbogen im flug äh regenschirm alter ich hab's kann nicht so in meiner sprache kann das vielleicht finde ich irgendwo ein regenbogen okay alles ist gut alles wird gut dir weh ich bin schon wieder in der höhle ich weiß ja machst du mir gefallen ja einfach nur spaß ich kann nicht mehr komm mal da nach links ja ich weiß warte was konnte es passieren warte warte ich habe jetzt Angst vor den Dingern das hier war ja nachhaben ich kann es ja schon drauf stehen ja ja ich hab' ich runter verdammt was ich hab' ich das getan ihr musst du laufen ja ich hab' mir gedacht ja nehm' mir auch ganz ich hab' mir gedacht nimm das Ding mit nimm das Ding mit das sieht cool aus ich will das was silber ich hab' mir gedacht kann nicht schlimmer werden ne komm mit oder schlecht äh und vorstück ich hab' mir gedacht ich hab' mir gedacht oh Gott also ich merke jetzt erst dass das alles reicht Alter wie wie tief ist das äh ich spiel's doch wie kommt nein ich lebe hilf mir hier raus ich lebe warte 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 in ich genau an sich die schuhe an und springst da runter macht das den kannst du noch haben aber danach will ich bitte auch ein dass ich mehr spaß mit eis haben kann ja gut ja ich glaube ich aber ich habe angst dass ich scheiße wo und sterbe aus dem haben wir schon 16 minuten ich würde sagen in der nächsten folge bin ich bei ihm unten